Söder erklärt Grüne zum Vorbild. CSU verhärt auf ihrem Europa-Tief. In Bayern erobert die CSU viele Jahrzehnte bei Wahlen die absolute Mehrheit. Diese Zeiten scheinen endgültig vorbei. Bei der Europawahl strafen die Wähler die Christsozialen erneut ab. Stattdessen fahren die Grünen auch im Freistaat ein Rekordergebnis ein. Die CSU ist einer Hochrechnung zufolge ganz knapp an ihrem bislang schlechtesten Europawahlergebnis vorbeigeschrammt. Laut Bayerischem Rundfunk kommen die Christsozialen auf 40,6 Prozent der Stimmen. Bei der Europawahl 2014 waren es 40,5 Prozent. Bei der europaweiten Abstimmung vor zehn Jahren kam die CSU noch auf 48,1 Prozent. Für die CSU ist das Ergebnis trotzdem ein leichter Aufwärtstrend. Bei der Bundestagswahl war die Partei 2018 in Bayern auf 38,8 Prozent der Stimmen gekommen. Wenige Wochen später schnitt sie bei den bayerischen Landtagswahlen mit 37,2 Prozent ebenfalls historisch schlecht ab. CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder bezeichnete das Europayergebnis deshalb trotzdem als eine stückweit positive Trendumkehr. Insgesamt bleibt die CSU im Freistaat die mit Abstand stärkste Kraft. Die Grünen liegen laut der Hochrechnung mit einem Rekordergebnis von 19,6 Prozent auf Platz 2. Die SPD ist auf 9,2 Prozent abgestürzt. Die AfD steht bei 8,3 Prozent. Söder will Kohler werden. Als Reaktion auf das schlechte Abschneiden von Union und SPD fordert Söder ein strategisches Umdenken ein. Die große Herausforderung der Zukunft ist die intensive Auseinandersetzung mit den Grünen, sagte Rimm Bayerischen Fernsehen. Die alte Maßstäbe, wie wir sie bislang haben.